Hallo und willkommen zu der Review der MX Master von Logitech. Ich habe die Logitech Performance MX lange Zeit benutzt, doch es war mal Zeit für eine neue. Schauen wir uns kurz die Verpackung an und die kommt wirklich sehr schlicht daher. Das einzige was wir so in der Verpackung haben ist die Logitech MX Master, dann den USB Dongle. Dazu gibt es natürlich das USB Kabel, womit man die aufladen kann, denn es gibt diesmal keine Batterien und eine kleine Anleitung, die eigentlich nicht nötig ist. Wenn wir uns die Maus ein bisschen näher anschauen, dann sehen wir diese schöne Struktur in diesem Daumenbecken und das ist wesentlich breiter geworden. Auch das Rad an der Seite ist komplett neu und dazu erkläre ich später noch ein bisschen mehr. Von oben gesehen läuft die Maus spitz zu und das ist wirklich schön und praktisch und auch das Mausrad ist wesentlich breiter. Man muss wirklich sagen, die MX Master ist eine Perfektion der Ergonomie und wo die Maus von Apple vielleicht sehr schön aussieht, hat die Logitech MX Master wirklich eine perfekte Ergonomie, die sich der Hand anpasst. Auf der Unterseite haben wir den An- und Ausschalter, den Connect Button und wir können diese Maus sogar mit drei verschiedenen PCs verbinden. Ich habe natürlich die MX Performance von damals und wenn wir die miteinander vergleichen, sehen wir das Becken für den Daumen ist wesentlich breiter. Die läuft spitz zu, ist ein bisschen seitlich gewinkelt, was wirklich ergonomisch perfekt ist und perfekt auf meine Hand ausgerichtet ist, aber da hat natürlich jeder ein bisschen anderes Gefühl. Und man muss sagen, die alte Performance MX hatte auch ihre Vorteile. Die Tasten an der rechten Seite, die waren wesentlich größer und wesentlich besser zu erreichen und auch diese Gummierung in dem Daumenbecken war wirklich, wirklich griffig. Von oben gesehen sieht man diese leichte schräge Neigung bei der MX Master, was mir besonders gut gefällt und ergonomisch in der Hand perfekt liegt. Eine Sache, die mir nicht so gut gefällt an der MX Master sind die kleinen Vor- und Zurück-Tasten. Das Becken liegt wirklich gut in der Hand und man kann das Mausrad auch wirklich sehr gut drehen, wobei es ziemlich schwerläufig ist im Vergleich zum oberen Mausrad. Aber es bietet halt wirklich sehr coole Funktionen, vor allem in Photoshop und zum Beispiel Final Cut kann man davon sehr gut Gebrauch machen. Das Mausrad hat eine besondere Funktion, Logitech nennt diese Smart Shift, wo man nicht nur zwischen dem freien Drehen und dem stufenweisen Drehen über die Taste da oben einfach wechseln kann. Man kann beim stufenweisen Drehen durch schnelles Drehen direkt ins freie Drehen wechseln. Das gelingt sehr gut und man kann die Intensität über das App steuern und das trägt wirklich besonders zur Produktivität bei, egal ob es in Final Cut oder Photoshop ist oder auch ganz normal beim Surfen im Webbrowser. Das seitliche Scrollrad ist wirklich ein Highlight von mir, denn man kann sich in Photoshop zum Beispiel nach links und rechts bewegen oder auch in Final Cut einfach durch die Timeline scrollen. Sehr, sehr praktisch und sehr, sehr einfach. Doch das Beste an der Logitech MX Master ist das komplett neu animierte und neu designte Optionscenter. Das bietet sehr, sehr viele Optionen. Man kann wirklich für jede Taste sehr simpel verschiedene Aktionen einstellen und das geht nicht nur von mittleren Tasten. Das geht über zum Beispiel hier in Mac über Gestensteuerung, wo man einfach die Taste hält und dann kann man zum Beispiel den Desktop nach links und rechts wechseln, wenn man die Taste hält und nach links und rechts swipet. Oder zum Beispiel auch Mission Control starten. Genauso kann man zum Beispiel die Multimedia-Steuerung, die Lautstärke erhöhen, die Lautstärke senken und das einfach nur mit dem Halten der Taste und mit dem Rauf- und Runterschieben der Maus. Am Anfang belässt man die Optionen meistens wie sie sind, doch wenn man sich ein bisschen in die Menüs eingearbeitet hat, die wirklich sehr simpel und leicht gestaltet sind, dann erfährt man erst, was für ein Potenzial diese Maus hat. Auf dem Mac genauso wie in Windows kann man jeder Taste wirklich sehr, sehr viele verschiedene Funktionen hinzufügen oder zuordnen. Man kann Apps starten lassen, man kann die Lautstärke verändern, man kann zum Beispiel hier in Mac Mission Control starten oder nach links und rechts swipen und man kann wirklich die Zeigergeschwindigkeit, Bildlaufgeschwindigkeit sowie auch die Geschwindigkeit des Scrollrads auf der linken Seite komplett anpassen und natürlich die Intensität von SmartShift. Ein besonderes Highlight für mich ist auch, dass man wirklich jede einzelne Funktion, die man hier der Tasten zuordnet, pro App nochmal anpassen kann. Dazu klickt man oben einfach auf alle Anwendungen und wählt hier einfach das Programm aus, wo man die Tasten komplett neu belegen will und das ist wirklich sehr, sehr schön. Hier als Beispiel Final Cut, da kann man alle Tasten komplett neu belegen und zum Beispiel die Lautstärken-Taste oder die Play-Taste auf irgendwas legen, genauso wie das Zoomen oder das Scrollen komplett verschieben oder zum Beispiel auch die Geschwindigkeit anpassen. Ist man in einem bestimmten App, kann man jede einzelne Tastenkombination und Mauskombination verändern. Das trägt ungemein zur Produktivität bei und ist für mich das Beste an der ganzen Maus, denn das Optionscenter wurde endlich mal komplett neu designt und ist wirklich leicht verständlich und funktionsreich. Kommen wir zum Fazit und wer die alte Performance MX hat, der kann guten Gewissens auf die MX Master setzen. Meiner Meinung nach hat sie das wesentlich bessere Design, das Mausrad ist dicker, die Maustassen sind spitz zueinander liegend, womit der Zeigefinger und der Mittelfinger wesentlich besser liegen und auch das Daumenbecken liegt wesentlich besser, ist größer und liegt gut in der Hand. Die neue Smart Shift Funktion ist wirklich eine produktive Erweiterung und auch das seitliche Scrollrad bringt einem mit dem produktiven Arbeiten wesentlich weiter. Wer heute produktiv und professionell mit dem PC arbeiten will, der kommt eigentlich an der Logitech MX Master gar nicht vorbei. Es ist keine Gaming Maus, dafür ist sie nicht gedacht, aber das ist wirklich eine Maus, mit der man gut, solide arbeiten kann, die wirklich ergonomisch schön aufgebaut ist und die Funktionen bietet, die sonst kein anderer bietet und dadurch die Produktivität steigert. Ich hoffe das Video hat euch gefallen, wenn ja, dann gebt uns einen Daumen nach oben, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, postet es einfach unten in die Comments und schaut mal bei unseren Social Media Channels und den anderen Videos vorbei. Das war es von mir für die Nerdbench.